Shilo Jolie Pitt, sie will daten. Angelina Jolie davon hält. Sie werden so schnell groß. Das merkt auch Vollblutmama Angelina Jolie, 47. Gemeinsam mit ihrem Ex-Brat Pitt. 59, erzieht sie sechs Kinder. Die Jungs Paxton Jolie Pitt, 19, und Maddox Jolie Pitt. 21, sowie Tochter Zahara Jolie Pitt, 18, sind bereits erwachsen, doch die 14-jährigen Zwillinge Vivienne Marcheline Jolie Pitt und Knox Leon Jolie Pitt, sowie Shilo Jolie Pitt, 16, müssen sich noch an die Regeln halten, die die Schauspielerin ihnen vorgibt. Vor allem mit der 16-jährigen Shilo soll es gerade vermehrt zu Reibereien kommen. Typisch Teenager eben. Die Jolie Pitt-Tochter ist gerade im Begriff, zur Frau heranzuwachsen und das ist ja bekanntlich nicht immer so einfach. Auch an Liebesbeziehungen scheint sie interessiert zu sein, wie ein Insider gegenüber dem amerikanischen Magazin Live und Style verriet. Shilo ist sehr kontaktfreudig, so die Quelle, die weiter erklärte. Dazu gehört auch, dass sie Interesse an einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin hat. Der oder die allerdings erst von Mama Angie abgesegnet werden muss. Dass das nicht immer spaßig ist. Steht außer Frage. Schon für normale Teenager-Mädchen ist der Übergang vom Kind zur Erwachsenen nicht leicht, man stelle sich vor. Wie man als Tochter zweier berühmter Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger aufwächst. Es ist allgemein bekannt, dass Brad Pitt und Shilo ein besonders enges Band verbindet. Ihr soll der Rosenkrieg des berühmten Ex-Traumpaares in der Vergangenheit besonders hart zugesetzt haben. Doch das gute Verhältnis zu ihrem Papa sei ungebrochen, wie ein weiterer Informant der Publikation verriet. Brad und Shilo haben die gleichen Leidenschaften und sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Fuhr der zweite Insider über ihre liebevolle, lustige und authentische Beziehung fort. Verwendete Quellen, Liefianst du Leimakom. Verwendete Quellen, Liefianst du Leimakom.